Ich muss hier... Ich will Fägelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wir sprechen ein andermal darüber. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Bringen Sie mir Fägelein! 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 Ich melde, der Führer ist tot. Okay. Okay. Ich bin fast auf! Wenn hier will... rich